Ich habe ein Stack-Update gemacht, damit eine Rucksau reinpasst, habe die Öfen, die Truben mal alles geleert. Dann, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte noch mal Deer-Tools dropen. Vor allem die halt gesperrt. Schütztage und so. Ja, jetzt bauen wir es ja eben fürs Ausland mal nicht mal drin. Das ist wohl Stein zu gebrauchen, wenn nicht mehr. Der Keller ist fertig. Eigentlich so gesehen. So. So. Ja, egal, nichts an mir anhalten. Ne, 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 ne. Die packen wir nicht aus, sondern... So. Damit du euch die Gehmbiss noch erzählen an den Bänden. So, Sticks. Egal, Sticks, keinem bis Karten. So, fast 40 Sticks haben wir. Dann brauchen wir jetzt einfach einen... Wir haben nur einen Sharp-5-Haltbarkeit-3. Wo ich da drauf pokal, dass wir noch andere Verzauberungen kriegen. Weil ich will da eigentlich unbedingt noch Dings drauf haben. So. 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 Verbrennung 2. Jawoll. Und jetzt noch Lootin, bitte. Lootin. So. So. und wann oh come on Wir kommen hier aber die beiden die machen wir doch nicht das ist das lange dahin auch weg bitte hier bitte poka rückstoß 2 warum auch kein schwungkraft 3 und looting 3 ok ist besser als andere also kann uns gegen krieg noch besser werden 2 ja 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 hier erst mal mit plünderung 2 vielleicht kriegen wir noch mal 3 ich habe eben noch mal tier das tier man sie ja auch so was jetzt haben wir nichts mehr jetzt müssen wir erst in den nether um da halt wieder alles aufzufüllen aber ja egal die ganzen die aber hier rein 3 lehntzen ja gut wir können uns jetzt noch einfach den mitnehmen im ziegel warte mal nehmen wir uns mal lieber komplett sind wir ein ernst ist wirklich loslaufen Eine Schaufel hätten wir mal verzaubern können, eigentlich. Das fällt mir so auf. Weil, das wäre halt schon gut, wenn wir eine Schaufel verzaubern, damit wir leider nicht mal eine Epi 5 einfach kein 3 drauf kriegen. Müsste einmal in Nether. Habe ich endlich gar keinen Bock drauf, aber... Let's go! Oder geht es. Ich würde noch ein paar Spielen mehr umziehen und ein paar Schaufeln klicken. Oh! Tja, das ist einfach kratzen, 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 kratzen. Ich kann hier immer nur kratzen. Oje, also. Ich denke wir runter, wir gehen netherrücken, aber wir gehen mit dem Neb. Ich habe die Upgrade noch da, gefällt mir auch, ich wollte noch Upgrade schaffen. Ich habe die Aufmerksamkeit, ich habe die Aufmerksamkeit. Danke, Tom. Oh, wo müssen wir noch kwarzen? Handel Gold? Ich werde mal die beiden Yara frei Wir bekratzen. Ich glaube, wir müssen den netherrack noch mal runterholen. Wenn nicht, muss ich uns alle mal drummühen eigentlich. Also, keine Ahnung. Hll ab! Dann doch. Oh Dann noch Quatsch gut Ok nicht gut Alter meine Maus Was ist Ach come on Maus Oh Ok da ist Quatsch gut Nicht mehr dran Weil direkt über uns Das Lava Becken ist Danke dafür Da noch was stechen Aber das Vielleicht glaube ich Die Golddingen ja auch Mit der unteren Ebene auch noch wegholzen Die 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 Oh mein Gott, sind Goldärzt keine XP? Nee. Hopp. Ja, Goldärzt bringt auch nichts mit XP. Ich bin jetzt im Nether, aber... War nicht. Alter. Das ist mein Haus, Alter. Gute. X5 x5 Sklarz x5 Schwerze Ach so... Schwerze 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 Wir haben fast tausend Blöcke. That's alright. Unsere Picke ist fast schrub. Ja, wer hat die Schleimbarkeit erreicht? Okay, wie 50.000 Blöcke wir schon hier rausgeballt haben. Oh, kein Wunder. Pops, jawoll. 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 So. 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 Ich habe hier ein Nether-Ziegel, ein Nether-Ziegel, aber mit dem will ich dann später auch bauen, also hat eh schon meinen Saut-Type. Alter, diese Maus. Ist er schon wieder voll? Oh blöd. Ich sagte... Danke. Ich spiele die Maria. Okay, wir müssen aufpassen, wir müssen halt die Ficke reparieren. Diese Maus, Alter, Logitech! Ich baue gar nicht vernünftige Produkte, die auch funktionieren. Oh, Alter. Ich spiele mich jedes Mal wieder auf Logitech ein und jedes Mal werde ich wieder hardcore enttäuscht. Jedes einzelne Male. Ah, ein True-Tip freut mich aber jetzt so, den fängt man gerade auf. Ich bin da irgendwie Quarz, 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 irgendwie unsere Ficke auch noch gleich mitrebaldieren können. Obwohl ich müsste eigentlich trotzdem vom Level erreicht. Alter, die sind raus! Dann haben wir auch schon der Direktiv-Fab gehabt. Ich denke, wir brauchen halt richtig viel Kohle. Oder richtig viel Holz. Was man durchbringt wird. Neues Kohle. Was sinnvoll ist, wir nehmen uns alle unsere Fichten-Saplings und conceptual Fichtenbäume. Alter, geht das schon wieder nicht. Alter, wir haben jetzt 1.024, 1.536, 1.543, 1.642 Netherrack. Ne, Entschuldigung. 2.048, 2.156 Netherrack. 3.021 Netherrack. So, was wollte wir noch фạc zaubern? Stimmt schwer. Was ist das noch? Lass uns das auch wieder komplett wiederGesieken. 3.024 Creozenbäume. Sade? ja dann die wettbewerbs haben so eine diapete heute die maus mit der rolle 20 sie repariert sie nächste wirklich tatsächlich jetzt wir holen sie noch die ganzen richtensetzlinge die wir haben klatschen alles voll holst du dir einmal durch ein steck haben es ausgeballert ich habe meine ich würde ihn auch nachmachen weil es bedauern das ganze wachsen ist außer ich stelle mich als karten ja eigentlich auch eine ganz smarte idee wenn ich das abk machen während ich halt was anderes aufnehmen weil da kann das in ruhe erstmal alles wachsen ist eh oft peaceful also jetzt kann ich keine angreifen ich werde das 2.9 automatisch aufstellen wieso habe ich eigentlich dazu mitgenommen denn eigentlich die bände eh schon alle fertig sind hier habe ich noch ziegel das ist schon mindestens noch und dafür meine exakt drei stücke hierzu ist unteres fertig steht dann nur noch brenzliche bauer die aus clean stone bauen werden im unteren teil oben dann auch noch mal das holz außen fassade wird deep slate die zelt teilt oben wird dann halt obere tage wird dann aus holz dachumrandung wird aus tupfer und das dach wird auch aus greenstone vermutet und das ist auch schon mal gemacht Wir nehmen uns heute auch Ben. Ein Stück einer, die noch machen wollte, ist, wir brauchen Redstone, 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 Redstone. Da ist der Crafty Cable. Ach, dachte ich, wir brauchen Pick-Up. Oh, Sticky Piston. Wir hatten Slimeballs, das weiß ich. Slime-Bälle, wo habt ihr sie? Da. Ein Slime-Bau? Geht's auch mit? Weiß ich gar nicht. Ich hab noch ein Problem. Die Crafty war noch mal ein Piss. Redstone-Technik, warte mal. Toll. Heiß. Heiß. So haben wir zwei Pisten. Haben wir aus den Pisten. Geht ihr Pisten? Ah. Strings therein. Strings, 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 strings. Guck mal. Nies, so. Das Schöne, der jetzt da ran ist. Jetzt landet alles direkt im Rucksack. Ist bei manchen Sachen etwas nervig, vor allem wenn man mit Wasserströmen arbeitet. Aber so generell, wenn man im Nether unterwegs ist, ist es schon nicht praktisch geschlecht. Ah, die Bäume wachsen auch fleißig. Dann würde ich sagen, mache ich es mal so, dass wir die Zwischenaufnahmen so machen, dass wir eigentlich anders schnell in der Folge vielleicht machen. Das brauchen wir. Mein Dierschwerter. Oh, mein Dierschwerter, Alter. Wollt ihr schon ein bisschen Panik bekommen? So. Machen wir mal schnell Kultruhe. Ich weiß, fährt das eh weg irgendwann. Rufen. 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 also dann kann man da oben die ganze brempartreihe reinpacken und 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 Da brauchen wir nur zwei Trichter, zwei Trichter, alle Truhe. Ich werde dann das Holz abzahlen. Auch wenn der nicht effizient ist, ist mir jetzt egal, das Ding muss einfach nur funktionieren. Absolut, sie dürfen noch gar nicht reinpacken. Werden wir heute schon weiter als Gedrechner jetzt. Dann nehme ich jetzt mal ein paar Kuppel anderen auf, dann würde ich sagen, danke fürs Frühsehen. Wird sehr gefallen. Da wird es nicht gefallen, dann bin ich wieder Wettepunkt. Vergiss den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst du nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.